Der Rechtsticker – Nachrichten aus der Strafjustiz und dem Recht des politischen Protestes Veröffentlicht in der Monat-Zeitung Kontraste Justiz produziert soziale Ungerechtigkeit Die meisten Kleinstdelikte treffen Menschen mit geringem Einkommen oder anderen Benachteiligungen. Zudem werden ihre Gerichtsverfahren im Fließbandstil abgehandelt. Wegen fehlenden Geldes führen dann geringe Strafen zu Gefängnisaufenthalten. In der ARD-Doku Arm und Reich vor Gericht gibt eine Richterin offen zu, dass sie bei 15 Verfahren pro Tag den Betroffenen kaum gerecht werden kann. Solche Kurzverfahren seien ein Massengeschäft. Unter den Angeklagten seien viele RentnerInnen, die zum ersten Mal beim Ladendiebstahl erwischt wurden. Die ARD zitiert die Richterin. Die Leute haben schon kein Geld, und dann sollen sie auch noch hohe Geldstrafen abzahlen. Für Taten, die letztendlich einen Schaden von 10 Euro angerichtet haben. Neues Einfallstor für harte Bestrafungen bei Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte Seilwachen heißen die Personen, die bei Kletteraktionen darauf aufpassen, dass Unbefugte und vor allem Nichtkundige die Kletternden sowie Indirekt Betroffene nicht durch unsachgemäßes Eingreifen in Gefahr bringen. Sie erklären Außenstehenden, was gerade passiert. Wenn nötig, stellen sie sich über Eifrigen in den Weg, wenn diese an Kletterseilen und Befestigungen herumfummeln wollen. Bislang wurden solche Personen nicht dafür bestraft. In Gießen ist das jetzt geschehen, und zwar gleich zu sechs Monaten auf Bewährung. Wie das, durch eine Novellierung hat der Gesetzgeber den Tatbestand des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verschärft, zum einen durch den neuen § 114 im Strafgesetzbuch, täglicher Angriff, zum anderen durch eine kleine Einfügung im Absatz 113, der defensive Handlungen wie das Im-Weg-Stehen oder Einhaken bei Sitzblockaden behandelt. Dort ist jetzt eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren vorgesehen, wenn die Tat mit einem anderen Beteiligten gemeinschaftlich begangen wird. Das wirkt zielgerichtet gegen politisch Aktive und andere gemeinsam Aktive wie Fanklubs und so weiter. Der Staat hat sich ein hohes Einschüchterungspotenzial verschafft, selbst bei Handlungen, die keine Gefahr heraufbeschwören. Menschen sollen sich unterwürfig verhalten, sonst mindestens sechs Monate. In Gießen geht der Prozess in die nächste Instanz. Autofahren und Versammlungsfreiheit Bei Rademos, Abseil- und Anklebeaktionen auf großen Straßen kommt es regelmäßig zu juristischen Auseinandersetzungen über die Frage, welchen Stellenwert das Autofahren hat. Gibt es ein Recht darauf, alle Verkehrsflächen immer und überall nutzen zu können? Viele Gerichtsbeschlüsse enthalten diese Einschätzung. Sie führen die im Straßenverkehrsgesetz, STVG, auf dem die Straßenverkehrsordnung, STV, beruht, vorhandene Zielvorgabe Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs, nur zugunsten von Pkw und Lkw an, als gäbe es Fuß, Fahrrad und ÖPNV nicht, deren Sicherheit und Leichtigkeit ja gerade von Pkw und Lkw gefährdet wird. Zudem wird eine allgemeine Handlungsfreiheit nach Artikel 2 Grundgesetz auf Autos angewendet, die überall fahren dürfen. FußgängerInnen und RadlerInnen müssten dann ja auch überall fahren dürfen, dürfen sie aber nicht. Woher holen die Gerichte diese Auffassung? Ein Gesetz, in dem solches steht, findet sich nicht. Stattdessen sind die Gerichte selbst die Quelle. Sie haben das Fantasieprodukt in Urteilen verfasst und beziehen sich jetzt auf ihre eigene Kreation. Fixiert wurde die Sichtweise kürzlich in Beschlüssen des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs, VGH, gegen eine Fahrradstraße in Gießen und das Protestcamp gegen deren Abriss. Diese könnten nun wiederum von Versammlungsbehörden und anderen Gerichten genutzt werden, um Demonstrationen überall einzuschränken. Dann bekäme die Geschichte des Versammlungsrechts ein neues Kapitel. Die bisherigen haben Michael Breitbach und Dieter Deiseroth im gleichnamigen Buch auf sagenhaften 967 Seiten zusammengetragen. Die Geschichtsschreibung beginnt vor 1848, nimmt das Jahr dann als ersten Schwerpunkt und zeigt weiter für Kaiserreich, die DDR und die BRD-Debatten, Entwicklungen und Praxis des Versammlungsrechts auf, welches vor allem als aktueller Trend vom Streben nach Sicherheit und Gefahrenabwehr immer wieder bedroht ist. Dieses Spannungsfeld arbeitet Christian Baudewin in öffentliche Ordnung und Versammlung ab. Die Darstellung ist umfangreich, aber sehr einseitig pro öffentliche Ordnung verfasst. Deren Vorrang erscheint als notwendige Folge ständigen Missbrauchs der Versammlungsfreiheit durch ExtremistInnen, wobei der Autor Links- und Rechtsextreme mehrmals gleichsetzt. So ergibt sich für ihn als Fazit, dass Einschränkungen der Versammlungsfreiheit in der Regel gerechtfertigt sind. Dass damit alle möglichen ideologischen Ziele wie die freie Autofahrt plötzlich höher gewichtet werden als die Versammlungsfreiheit, problematisiert der Autor nicht.